Jojo Leute, was geht ab? Gamer Guckers wieder am Start für euch und ja, heute spiele ich mal nur mit Pistol mal gucken, was ich in diesem Legger Game was ich da so erreichen kann so, den ersten Kill habe ich schon mal für euch muss mich erstmal wieder vollkommen einspielen hier in diesem Game so, wen erwarten wir hier ja, werde ich natürlich von hinten gekillt wie immer und warum lag dieses Drecks Game so oder das nervt ja mal richtig so, Kill für mich da ist auch keiner das sind für komische Dinger, die er da gelassen hat woher ist schwebeladung unterlegen ohne näher Drohne bereit für Befehle Drohne Drohne sooo 7 um 1 hier nicht das ist aber keine Munition mehr ja so, Entschuldigung, dass ich mit der weiter spiele, aber ich habe leider keine Munition mehr für die, meine Waffe und und ja deswegen spiele ich jetzt noch mit der weiter tut mir leid, dass ich keinen Plünderer frei habe, aber egal versuchen wir es mal so verbündete Drohne näher Feind ausgescheiden verbündete Sprebeladung eingesetzt nein, Zeit rein, doch ein wie heißt denn die? VMP Automatik ja, hab ich gekriegt schade so, hab ich schade, 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 schade zack ja, la vieme gibt oh mein Gott was ist das denn für ein Dreckscamper ja ja diga kann ja nicht wahr sein hier ja wie unlogisch man naja bis bald euer Gamer Koka und tschau tschau ja tschau